Grundlage der Lösung für viele Lehrveranstaltungen während der Corona-Krise ist ein Inverted-Classroom-Format mit einer selbstgesteuerten Phase der Inhaltserschließung, einer betreuten Vertiefungsphase in Präsenz und einem Mastery-Test als Bindeglied. Dass dieses Modell funktioniert, steht mittlerweile außer Frage. Ebenso sind mittlerweile Rezepte und Wege bekannt, wie man zu diesem Lehrformat kommt. Bisher konnte auch in den Präsenzphasen jeder Sitzplatz in den Lernräumen besetzt werden. Die derzeitige Situation allerdings mit den notwendigen Abstandsregeln und dem Hygieneschutz macht dies unmöglich. Mehr als eine 50-prozentige Auslastung der Lernräume mit den entsprechenden Abstandsregeln ist nicht möglich. Da aber gerade in den Grundlagenlehrveranstaltungen zumeist keine Präsenzpflicht besteht, liegt genau hier die Lösung. Während die Inhaltsvermittlungsphase eines Kurses für alle Kursteilnehmer im Wochenrhythmus angeboten wird, findet die Präsenzphase zwar auch im Wochenrhythmus statt, aber mit wechselnden Kohorten, zum Beispiel alphabetisch. Woche 1 alle Teilnehmer der oberen Alphabethälfte, Woche 2 alle Teilnehmer der unteren, Woche 3 wieder die Teilnehmer der oberen Alphabethälfte und so weiter. Für die Kursleiter bedeutet dies, dass für die jeweiligen Kohorten stets spezielles Vertiefungs- und Übungsmaterial bereitgestellt werden muss. Zum Beispiel in Woche 1 für die erste Kohorte Inhalte aus der ersten Lerneinheit, in Woche 2 für die zweite Kohorte Inhalte aus der ersten und zweiten Lerneinheit und so weiter. Die Corona-Lösung des Inverted Classrooms liegt also in einer reduzierten Präsenzphase, die im Wochenrhythmus alternierend wechselnde Kohorten bei der Inhaltsvertiefung begleitet und somit die Auslastung der Lernräume auf maximal 50% reduziert. Woche 1, Kohorte 1, Woche 2, Kohorte 2, Woche 3, wieder Kohorte 1 und so weiter. Für die Kursteilnehmer heißt das, 50% statt 100% Betreuung in Präsenz. Für die Kursleiter bedeutet das, keine Änderung im Lehrdeputat, lediglich eine genaue Fokussierung auf wechselnde Zielgruppen. Die Inhalte selbst sind von dieser Lösung nicht betroffen. Ähnlich wie beim 2 in 1 Konzept ist die digitale Inhaltsvermittlung und die dadurch mögliche selbstgesteuerte Inhaltserschließung der Schlüssel zu einer zeitgemäßen und flexiblen Hochschullehre auch in schwierigen Zeiten.